Ich bin im Bravo-Spot. Äh, bist du Russland? Ich bin auch Russland, ja. Nee, ich bin US. So bist du bei Russland? Ich bin bei Russland, aber ich glaube ich kann wechseln. Wie ging denn das Ding wechseln? Nee, ist almost over. Ich hab kein Switchen erlaubt. Ja, es sind eh nur noch 18. Wer gewinnt denn? Russland? Ja, wir gewinnen. Das finde ich gut. Ich finde diese Fahrzeuge hier cool, die du auch im Wasser fahren kannst. Jet Skis? Nee, die Amtrax. Ah, die amphibischen Dinger. Ja. Gut, dann nehme ich erst nächste Runde auf. Brauche ich jetzt nicht. Du Dreck-Sau. Ohne Scheiße. Das ist so ein Arsch. Ich liefere mir da voll das Feuergefecht mit dem Kerl. Der wirft einfach eine Granate und killt mich. Darf mir echt keiner erzählen. Aber Wake Island ist schon nice, ja. Aber wirklich. Wirklich, wirklich nice. Jetzt bin ich US. Ja, ich bin schon wieder Russe, glaube ich. Dann wechsel geschwind. Ja, mach ich. Squad-Switch-Team. Yes. Hab ich in welchem Squad? Ich bin in... Juliet. Haha, ich bin in der Juliet. Hahaha. Schlechte Witze. Okay. Okay, dann wollen wir mal die L96 testen. Huh, wo bin ich denn? Das geht schon. Im Amtrak. Im Amtrak? Ist das wie Amtrax? Ja, warum fahren wir jetzt nicht mehr? Weil ein Idiot steckt einfach aus und geht weg, oder was? Dann fahr ich. Wollen wir uns mal A, würde ich sagen. Oh yeah. Wenigstens gibt es eher Support, das ist ja auch schon mal nett, oder? Wieso bin ich eigentlich ein Sniper und fahre jetzt dieses Ding hier? Weiß ich nicht, weil du Alleskönner bist. Das! Das! Ha, der gehört mir! Ausgestiegen? Ich nicht, aber der andere Kerl. Cool, diese Drehanimation einfach nur das. Ey! Neben uns steht ein Sniper! Oh! Jetzt ist der Weihra hinter uns. Wie ist die Sau jetzt hin? Ich darf hier gerade rum und versuche ihn zu finden. Der war da. Ich bin mir ganz sicher. Ich bin nicht verrückt. Egal, lass uns wegfahren. Ich würde zwar mal gerne den Sniper finden und ihn töten. Jetzt habe ich das Nachtsicht-Ding drauf, ja. Ich bin auch so ein Held. Nachtsicht-Ding? Ja, das ist das Grüne da. Das ist Infrared oder was das ist. Ah, der verdammte Heli. Puh! Einer aus dem Heli ist ausgestiegen. Oh Gott! Ich kann's jetzt da vorne irgendwo rum. Scheiße, da habe ich meinen Killer nachgeklaut. Ich überlebe schon mal länger als eben. Das ist schon mal ganz gut. Ich bin von der Brücke gefahren. LOL! Das kommt bestimmt gut bei der Einsatzbesprechung. Oh, ich bin von der Brücke gefahren. Der Bastral-18-Soldier hat mich gespielt. Over. Wenn ich den Bastral nicht treffe. Oh, jetzt habe ich nur einen Kill-Assist gekriegt. Verdammt. Warst du das? Hast du den da am Strang gekillt? Nee, den wollte ich killen, aber... Hat der ein Glück, verdammt. Weil ich so ein toller Sniper bin. Ach, der ist schon tot. Ich kann ihn jetzt grad beim B einnehmen. Ja, ich auch. Also die Waffen-Models finde ich immer noch Hammer. Ich bin immer noch Hammer. Haha, einer erschossen. Ah, jetzt werde ich erschossen. Mit so einem scheiß Buggy, ey. Leck mich doch. Ich habe irgendwen aufgestellt. Ich weiß nicht, ob das du warst. Nee. Danke. Danke. Danke, Mann. Da ist ein Haus neben uns. Gott, dammit. Ich dachte, der wäre da drin. Aber? Ja, war außen mit Trumpen. Weißt du, Leute, die eine 1 für ein L schreiben, weißt du? Ja? Ja, überall. Diese Liedschrift. Diese AOL-Kinder. Oh mein Gott, ich habe keine Ammo mehr. Nur noch 8 Schuss. Und du da rumgeballert. Wie ist noch deine Sidearm? Ich habe vier Leute getötet und bin doch einmal gestorben. Wollte grad sagen, lass mal den Buggy da holen, aber... Ja, kaputt gemacht. Hast du Muni dabei? Naja, du bist Sniper. Äh, ne, ich bin ja Sniper. Shit. Wie kann ich denn Muni irgendwie anfaden? Das geht doch irgendwann mal. Hier liegt wieder irgendein Sniper rum und ich sehe ihn nicht. Hat auf mich geschossen, ihr Sau. Schick den. Bist du. Bist doch bestimmt hier oben irgendwo. Warum denn nicht? Was ist denn die Ratte jetzt? Und auf B kommt ein Buggy zugefahren. Von wo? Von A? Von, von... Ist das A da an der Küste? Ja, natürlich, weißt du. Ich habe ein Sniper-Gewehr und die treffen mit ihren Scheiß-Strom-Gewehren. Mehr als ich. Leck mich doch. Wir sind da rechts an der Küste. Wir sind überall an der Küste. Wir sind überall an der Küste. Da kommt einer! Direkt um die Ecke! Vorher! Alter! Läuft an dir vorbei! Halts die Schnauze! Ich hab nur den Sidearm. Was soll ich denn machen? Fuck. Vor uns. Mit Techlight. Ah, meine Killsträne wieder vorbei. Fünf Kills. Null Tote. Hast du den Kerl? Nö. Er lässt sich von dem Kerl erschießen. Das kann es doch nicht sein. Der hat sich meine L690 geschnappt. Schwein. Missgeburt. Haha, Missgeburt. Ich bin Klappe. Ah. Ah. Setz dir einen Panzer drin. Arschgesicht. Was packst du denn da in der Luft rum? War gar nicht in der Luft rum. Ich bin rausgesprungen. Beste Position. Hier findet mich kein Schwein. Zwischenzeit zwei Dinge. Geh da. Ich bin gelandet. Komm, voraus. Klick, pack, lol. Awesome. Ich würde da gerne einsteigen, wenn es geht. Du musst da rausgehen. Sauber. Ich will da wieder rein. Ich will da wieder rein. Ich will da rein. Jippie. Loll. Das war meine Aktion. Auf die Klappe gehört uns. Auf zu C. Wir bräuchten nur mal irgendwas fahrbares. Ohoho. Explosionen. Ist ja wie im Krieg hier. Wie im Krieg. Wir sind im Krieg. Ah, du Pariser Budel. Ich stehe direkt ums Eck. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ja, ich bin aber tot. Plisskin. Plisskin. Bitteschön, ich bin jetzt aber Sniper. Tut mir leid. Hä? Ich bin jetzt aber Sniper mit meiner L96. Tut mir leid. Ich nehme das von dem toten Plisskin da. Au! Sniper irgendwo. Renn weg. Ja, steht wieder da oben auf dem Scheiß. Plisskin. Sind wir bei Metal Gear oder was? Der kommt ja eigentlich woanders her, ne? Plisskin. Dein Armer. Ja, das war aus dem komischen Film da. Da war auch der Name Snake herkommen. Ich weiß aber nicht mehr, wie der Film hieß. Snake Plisskin hieß der, ja. Ja, wie heißt denn der? Irgendwas, Snacks from New York oder irgendwie so? Ja, Escape from New York oder so. Ja, Escape from New York, genau. Ich weiß noch nicht mehr, wie der blöde Schauspieler hieß. Boah, weiß ich auch nicht mehr. Ich kenne nur noch von damals so die gängigsten Dolph Lundgren. War sowieso die coolste Sau. Voll ins Kürz geballert. Let's bring the pain. Headshot mit der G18, das ist auch nicht schlecht. Mit der G18 ist das nicht ne Tastatur von Logitech? Du hat's gegen den Kopf geworfen. Friss mein Eingabegerät, du Sau. Natürlich! Leck mich doch, ernsthaft. Wenn man sich halt auf Sachen konzentriert, die nicht sinnvoll sind, dann passieren solche Sachen. Venom wäre auch bereit, ja, die ballert da rundum. Ich steig mal in die Venom ein. Der hier gerade voll gefickt wird. Och ja, danke! Bitte! Leicht ist der Pilot aller Zeiten. Irgendjemand sitzt im... Verdammt, nein! Nein! Falsch eingestiegen auf diesem blöden Island! Lol. Weichbrot. Doch nicht. Küstenwache! Sie sind alle festgenommen! Du und welche Armee! Ich brauche nur mein Schlauchboot. Anderes brauche ich nicht. So sieht's aus. Mit meinem Schlauchboot. Dein quietschrottes Gummiboot, oder? Ja. Also auf dieser Map bleibt's definitiv besser für mich. Ne, ist Rotter Baron, oder? Ja, aber ich hab halt nur ein Schlauchboot. Au! Mein Schlauchboot ist kaputt. Ihr habt mein Schlauchboot getötet! Ihr Schweine! Ich stelle mir das gerade... Du, ich stelle mir das gerade so vor, du der übelste General mit deinem quietschrotten Schlauchboot. Hehehe. Hahaha, mein armen Schlauchboot! Ah, geil. De Schlauchboot Wars. Passierend auf einer wahren Geschichte, ne, Bade-Man? Hehehe. Wie traurig. Mein Schlauchboot, ihr werdet alle büßen dafür. Da ist einer schon. Bam! Fack! Komm schon. Jawoll. Das war der Erste, der für mein Schlauchboot büßen müsste. Schlauchbüt? Was denn ein Schlauchbüt? Schlauchbüt büßen musste. Der Zweite, der wollte jetzt nicht sterben. Ich hab der L96, der hat den in den Hals geschossen. Oh! Warum stirbt der nicht? Le Schlauchbüt! Die Schnauze da jetzt! Ganz nochmal! Du Franzosenrammler, du! Le Schlauchbüt! Fack! Jetzt bin ich bei dir eigentlich stinken in Stirb auch noch. Meine Katze nervt! Geh weg! Hä? Die kratzt, weil ich hab hier meine Lampe an und wenn die Schatten sieht, dann werden die den vernichten. Die werden den Schatten nicht. Die ist nicht so wie ich. Hat die auch eine PKP, so eine Katzen-PKP. Ich werde mein Schlauchboot rächen, indem ich eine F-35 in irgendeinen Feind ramme. Ich bin voll in den Reihen. Du könntest mal bei mir einsteigen und mir helfen, wie sieht's aus? Was heißt denn? Ah ah. Was heißt? Ja, Sir! Du bekommst noch ein Gummibüt. Scheiße! Getötete Sau. Ich hab meine G18 in der Hand gehabt. Dann hab ich mal einen mit meinem Wurfgeschoss getötet. Verdammt nochmal! So, wir haben einen D eingenommen. Das fühlt sich so männlich an im Moment. Wo sind wir denn hier eigentlich? Die wollen uns... Oh, sie wollen uns den Flughafen wegnehmen. Oh! Fuck! Dann können sie automatisch auf der Fallschirm. Hast du... Magic Fallschirm oder was? Hä? Hast du Magic Fallschirm? Ja, Magic Fallschirm natürlich. Dich nehme ich mit, du Hund! Hier ist der erste ADK. Paxton, I need Backup. Paxton, I need Backup. Backup, Backup. Ich komme, ich komme. Wieder mein Angie dabei. Angie! Könnte man hier eigentlich die Forklifts fahren? Nee, gell? Äh... Ich hab keine Ahnung, was du von mir willst im Moment. Ach, die Gabelstabler! Doch, 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 doch! Nö, den hier kann man nicht fahren. Wurde übrigens angehättet von hinten. Nee, den nicht, den gelben kannst du fahren. Da passen drei Mann drauf. Nee, zwei Mann. Ha, ha, ha! Handgun kill, bitch, in your head! Da ist ein Medikit. Dankeschön. Das ist trinknotwendig. Mal meine Small nachladen. Da, im nächsten Hangar ist einer. Kommt jetzt zu uns rüber, wahrscheinlich. Aber ist gestorben. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Mein Hangar! Den habe ich beansprucht für mein Schlauchboot! Ich bin jetzt... Ich bin jetzt Squad Leader, da kommen aber noch drei. Ich bin hinter dir. Ho, 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 mit der ACW. Über gefühlte 30 Kilometer. Scheiße, da am Stein sitzt auch einer. Mit der UMP45. Ihr werdet mich niemals kriegen. Zack, tot. Ihr habt mein Schlauchboot getötet. Links, links, links von dir. Oh, ich hab's noch. Shit. Wie war das? Schweine! Backcam hat mich getötet. Ich hole mein Schlauchboot. Ich hole mein verdammtes Schlauchboot. Backcam. Erfiel, spawnen, töten. Ist immer einfach gesagt, er ist getan. Hier, wie die Expendables. Suchen, finden, töten. Ich hab Expendables nicht gesehen. Musst du dir angucken. Auch wenn's ein absoluter Trash-Film ist, aber es ist einfach nur geil. Einfach nur Action. Und die dummen Kommentare sind halt geil. Ist jetzt nicht wirklich so die Überstory oder so, aber es ist halt Action ohne Ende. Im nächsten soll wohl auch Nick Cage mitspielen im dritten dann. Okay. Und auch wenn alle immer meckern, aber Nick Cage ist mein absoluter Lieblingsschauspieler. Ja, meiner auch. Nick Cage ist cool. Das ist einfach nur die coolste Sau von allen. Nick kriegt auch immer die geilsten Rollen. Das ist halt so ein richtiger Charakterschauspieler. Ja. Der auch wirklich so auf die Dinger eingehen kann. Aber der ist ja pleite gegangen, Nick. Ja. Der hat nicht gegen Salto geschlagen beim Schießen. Voll von den Beinen geholzt. Das ist nicht so cool. Habe ich dir schon mal gesagt, dass das Wake Island dermaßen cool ist? Ja. Geilste Map. Und Karkant ist halt geil. Also die Stadt. Aber einfach, weil man die ja auch in Battlefield 2 einfach tot gespielt hatte und jetzt in schöner Grafik und voll zerlegen kann. Wenn ich halt nix erwisch, mir geht gleich die Muni aus. Der kämpft da unten im Wasser. Was? Der kämpft im Wasser. Plissken. Die kleine dumme Ratte. Die kriegt von mir jetzt noch eine Kugel in den Kopf. Daugesicht. Schieß zweimal. Da unten bei D, oder? Ja. Oho, wie viel D-Schwarmen, ey. Das ist ja gar... Scheiße. Schon wieder tot. Babkuhn habe ich erschossen. Amo! Sie haben das Ziel nicht gerade so rumkacken würde. Warum gibt mir eigentlich keine Amo, wenn ich noch Amo schrei? Alle keine Lust drauf. Alter, ich hab ihn doch gesehen, ich hab ihn doch gesehen. Szena-Line hilft aber nicht. Ich komm mir grad vor mit dem richtigen Commander. Lissken! Haha! Fick dich! Wieso hab ich jetzt wieder Muni auf einmal? Nein, nein, du messert mich von hinten! Sausack! Missgewandt. Missgewandt. Rettet mich, ich bin Squad Leader. Rettet mich, rettet mich, ich bin wichtig. Fuck that shit! Warum hast du mich wiederbelebt? War ich gar nicht, jetzt hab ich dich wiederbelebt. Fuck diiiich! Ich hab die zwei jetzt gekillt und hab dich wiederbelebt. Wo ist das Problem? Keine Muni mehr. Das ist infrarot bis jetzt doch sehr praktisch, muss ich sagen. Ja, bei dem ganzen Rauchenschissel, ne? Ah, links neben uns. 16 zu 7. Gott, bin ich guter Weimar. Ich liebe Wake Island. Hm, Wake Island. Die haben eh nur noch E. Sehe ich das richtig? Ja. Dann werde ich mal sagen... Geh die ab! Ja, ich bin hinter dir. Lauf weiter, lauf weiter. Autogramm gibt's später. We've come here to kick ass and chew bubblegum. But we're all out of gum. And soon we will be out of asses to kick. Arschtretter-Modus aktiviert. Bitte warten. Ich rette dich, wenn ich dann reinkomme. Ich rette dich! Wen rettest du vor... Ah, hinter uns! Ich dachte, du rettest mich. Wie es einfach so hakt, dass ich gerade sterbe, ne? Jaja, schieb's wieder da rauf. Du lebst eh noch! Jaaaaah! Mich kann niemand töten! Boom-Headshot! Scheiße! Das ist meistens, äh... Erstmal wieder leben. Boah, erstmal Handgranate dahin. Die verbissen sie aber auch eh... Beteiligen. Ey, das ist krass. Nehmen sie unsere Haar weg da drüben. Nur weil wir da nicht sein können. Also wenn ich jemandem voll in den Rücken schießen würde... Also mir jemandem voll in den Rücken schießen würde... Also ich glaub, ich würde ja sterben. Kommt drauf an! Wir werden doch diesen blöden Punkt einnehmen können. Braucht mir das nicht erzählen, dass das nicht funktionieren würde. Ihr wollt nur nicht. Wir haben einen ziemlich guten Helikopterpiloten neben uns hier. Naja, das ist alles schön und gut, aber wir brauchen A. Okay, wir müssen irgendwie da rüber. Na, irgendwie ist gut. Wir brauchen ein Fahrzeug. Benizam Wils! Ah, die gehen zu B über. Geil, von hinten die Geschichte wieder aufrollen. Naja, wenn wir A haben, dann fällt eh wahrscheinlich wieder. 100 Pro. Ich finde, die AUG A3 finde ich richtig geil. Die hat einen richtig schönen Sound. Und das ist auch eine gute Waffe. Assault-Klasse ist einfach die beste, die man spielen kann. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich... Weiß nicht. Das ist so eine richtige Allround-Klasse. Damit kannst du wirklich alles machen. Ja. Ja, snappern kann ich von Haus aus nicht im Battlefield. Das geht einfach nicht. Der Support ist noch ganz nett und... Ja, das war's eigentlich schon. Ich freue mich, dass du halt mit jeder Waffe auch irgendwie über die ganze Map schießen kannst. Weil's einfach realistisch gemacht ist. COD. Äh, COD ist nicht wirklich realistisch. You don't say. B. Hier, links unten ist einer. Nicht mehr lang. Am Strund. Lauf, kleine Säschen, lauf! Boat ist tot. Keine Sorge. Alles gut. Belief irgendwo noch einer rum. Die Frage ist nur, wo. So, B nehmen wir gerade wieder ein. Keine Sorge. Muni weg. Hab ich schon mal gesagt, wie sehr ich die M1911 liebe? Äh, ich glaub ein paar Mal, ja. Komm, schau um die Ecke. Alter! Ich ramm ihm das Messer dreimal rein. Leck mich einen Hitmarker, ey. Krass. Ehrlich, ehrlich, ey. Ich hab dich wieder aufgestellt. Ja, ich hab's gemerkt. Dankeschön. Aber keine Muni mehr. Schmeißt mal Muni hin, ihr Deppen. Können alle ihre Rolle nicht erfüllen. Deswegen bin auch ich Squad wieder. Yeah! Was ist denn noch irgendeiner? Ja, hat mich zum Beispiel jetzt gerade angehittet. Von hinten. Aber ich seh da keinen. Ja. Da liegt der doch. Woher? Der lag hinter uns. Ach so. Ja, sag das doch. Da redet der immer Spanisch mit mir, ich versteh immer nix. Donde ist da? Pequina Purito. Ei, ei, ei. Hahaha. Manno, jetzt. Hier komm, steig ein. Spasti. Hahaha. Hahaha. Go, go, go. Gatschettemobil. Ja, fahren sie mit dem Panzer drauf. Hahaha. Leg das Auto quer. Genau. Jetzt drüber und fährt er mit der Mine? Jo. Das covert mein, mein Assault hier. Ohhhh. Oh Gott. Ich werde sterben. Ohhhh. Der Squad wieder wurde angehittet. Tut was dagegen. Wir brauchen nur noch diesen Punkt, dann haben wir eh gewonnen, oder? Ja gut, dann gehen die Tickets halt am Schluss. Ja gut, wir haben gewonnen, dann. Wir sind einfach zu awesome. Wir haben ja immer noch keine Munition. Das ist so der Moment, wo ich als Soldat gern so einen Knoppers rausziehen würde, an den Sondergang gucke. Hahaha. Warum hast du eigentlich so viele, viel, viel mehr Punkte als ich? Das finde ich voll nicht gut. Weil ich mehr Leute abgeknallt habe, als du 17 Kills. Nehmen wir uns gerade C weg, nochmal so nebenbei. Shit. Nimm ich mit, du Spaß. Ich muss wieder Befehle erteilen. Capture C, gib Punkte. Slow down military checkpoint, das Schild ist ja geil. Wir müssen gleich alle zu C rüber gehen, wenn ich da einen Marker setze. Der Jet, der Heli, alle. Kurze technische Frage nebenher. Hast du eigentlich deinen Field of View auch ganz hoch gestellt? Jaja. Sonst bekommst du ja Augenkrebs. Die Konsole legen 60 Punkte FOV brauche ich nicht. Ja, nicht bei, nicht bei 1080p, ganz ehrlich nicht. Ne, ne, sowieso nicht. Wie die ganzen Panzer zu C aufbringen, das sieht so geil aus. Was mich daran erinnert, dass ich mir eigentlich mal wieder die, äh, die Titelmusik zu Battlefield 2 reintun musste. Die Original, oder? Ja. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Das ist so geil. Okay, ich lauf jetzt nur hier so dumm rum. Ich krieg kein Fahrzeug, krieg keine Nexion. Ich bin, ich bin kurz verzeh, ich bin kurz verzeh. Ich lauf so mit dem Squad mit so. Hm. Wie wir einfach nur 1.150 rund haben und die komplett runter sind. Wie schlecht kann man eigentlich sein? Wenn man zuerst alle Punkte... Scheiße, den habe ich nicht gesehen. Fuck. Franky. Jetzt fahr doch nicht weg, du Spack. So kann ich hier nicht einsteigen. Auch schon wieder voll oder was? Ups. Gängerisch. Na toll. Jetzt kommt auch noch ein Panzer auf mich zu. Ja, ja. Ja, ja. So muss das sein. Wie ich jetzt mit meiner Pistole da drauf? Eh keine Nexion mehr. Das hätte jetzt nicht sein müssen, ganz ehrlich. Ach man, kann der nicht einfach sterben? Wir haben jetzt eh alle Punkte, wenn ich das sehe. Das siehst du ganz richtig. Ah, jetzt nehmen sie uns wieder eh weg. Wir nehmen uns aber auch jetzt eh weg. Ah, Heli, 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 was machst du? Gott. Vollsprung, go. Ah, sind auf der anderen Seite, okay. Die Neue gebaut die Flughalle, alle Schutt und Asche. Wird sich einer D schnappen. Ah, ich seh's. Nevermore. Waren sogar zwei. Lol, Squad Wild Ribbon. Beat. Passt. Kriegst noch einen schönen Unlock für meine Auge. So muss das sein. Wir sind einfach superior. Schon, ey. Im Hintergrund brennt alles. Sieht so awesome aus. Sind Sie schon wieder bei C? Oh, ich wollte ja eigentlich mal was einstellen. Ah ja, jetzt habe ich auch die schönen Farben im Colorblind-Modus. Einfach weil man es zehnmal besser sieht. Warum hast du Colorblind-Modus? Ja, weil da sind die Farben einfach stärker. Was, stärker? Ja, da siehst du zum Beispiel, die Heli ist dann nicht orange, sondern blau. Äh, nicht, nicht dieses hellblau von uns, sondern wirklich richtig blau. Und, äh, Feinde. Darf die Farben im Modus ist, wenn du Farben nicht erkennst? Nein, nein. Und Feinde siehst du dann nicht in orange, sondern in rot. Okay. Das ist so ein schönerer Unterschied. Okay. Das war eine schöne Runde. Das war eine awesome Runde, hä. Wie viele Punkte bekomme ich denn jetzt? Mehr? 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 Gib mir mehr. Noch ein bisschen? Komm. Papa braucht neue Schuhe. 8004. Krass, ey. Ich bin gerade mal bei 5900 angekommen. Nicht schlecht, oder? Ja. Gut, dann werde ich mal sagen, wir belassen es dabei, oder? Ich will mal gerade gucken, wie viel Platz ich noch habe.